Nina Burger, heute nicht im Kader, Oberschenkelverletzung, ist es was Schlimmes? Nein, es ist nichts Schlimmes. Ich bin schon so gut wie fit, aber leider noch nicht ganz fit gewesen. Also die Match-Fitness hat mir gefehlt und deswegen einerseits, weil ich nicht die hundertprozentige Leistung bringen hätte können, andererseits so ein bisschen auf Sicherheit, dass ich deswegen nur auf der Tribüne gesessen bin. Also kein Grund zur Sorge, für die Bundesliga wieder alles fit? Nein, nein, ich brauche noch ein paar Tage und dann bin ich wieder voll fit.